Hey ho, hier ist Ronja und wir spielen heute als Super Mario Charaktere Wolf und äh genau, ich bin Peach und Flo ist Mario und Tops ist Yoshi und Julian ist Luigi und Wicke, let's go! Ach ja. Geo, 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 geo. Was? Ich bin aber auch ein kleiner, dicker Mario. Ja. Mario ist auch klein. Du hast zu viel gefuttert über die Winterfase. Nein, 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 nein. Das ist... Oh, wieso hast du schon einen Ton? Schau, 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 schau. Ich hab Flo runtergeworfen. Also, ich wollte den runtergeworfen, hat sich gerade noch aufgefangen. Ist ein... ein Blocksprung weitergesprungen. Julian ist der Wolf. Julian, Julian ist das. So schreib mir, glaub ihm nicht! Er ist von uns leider runtergefogen. Julian, du piebst. J Yun du piepst, du musst einen... Wir sind gloves on. Dun 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 Ich sammle jetzt Gold und ich wiederbelebt dich Flo. Ich habe schon 34 Gold. Ah, und dann töltest du ihn, ne? Nein, ich bin ja nicht der Wolf. Das würde ja nur der Wolf tun. Ja, 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 Ronja. Ich weiß, dass du der Wolf bist. Ich bin ja nicht der Wolf. Ich habe jetzt immerhin schon einen Schleinstell, um mich zu verteidigen. Ich glaube nicht langsam, entweder ist es Julian oder du. Ich glaube, es ist Julian. Hier steht Julian verdächtig rum. Hallo, Julian. Julian? Julian hat sich gemutet. Julian, du bist mir noch gemutet. Ich sehe, Julian. Julian, kannst du reden? Verdächtig. Julian schreibt ja. Du musst dich auch entmuten, Julian. Vielleicht hätte ich gerade das Piepen ausgestellt. Ja, das kann auch sein, dass irgendwie jetzt wahrscheinlich erst Florian schnell rübergelaufen zu und tritt ihn jetzt erst mal. Ich habe ein Eisschwert. Echt? Ja. Ist ja cool. Das. Warte, jetzt ist Julian raus. Und Flo ist immer noch. Also ja, Flo ist ja tot. Aber Julian hat den Teamspeak verlassen. Ah! Jetzt ist Julian zurück. Wir kommen zurück. Also, äh. Ähm, so. Also, ich denke, Tops ist der Wolf, ja. Mhm. Okay. Alles klar. Klären wir Tops? Nein! Tops, bist du? Es ist Ronja. Es ist Ronja. 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 Ronja hat jetzt... Nein, ich glaube, dass es Julian ist. Weil Ronja sonst eine blöde Kuh wäre, die sie einfach zustimmen würde. Tops, du musst jetzt arbeiten, ne? Das sind harte Worte. Oder Toastversuch zum Ablenken. Ja, genau, Julian. Du hast Florian getötet. Nicht ich. Hey, er ist von Selbro unter Fung, ja? Ja, das hätte ich auch gesagt. Aber stopp, er hat gesagt, glaub ihm nicht. Hallo. Wieso hast du einen Diamantenschwert, Tops? Ja, weil ich eins habe. Ich habe sogar zwei. Wofür hast du dir das gekauft? Wie viel hast du bezahlt? Ich habe nichts dafür bezahlt. Du hast es aufgelassen. Ja, will ich gefunden. Ich habe ein Geschenk gehabt. Wieso hast du gefunden? Ja, ich habe es gefunden, Ronja. Oh, hast du gefunden. Okay, weißt du was, dann bleib mal kurz stehen. Ja. Wenn ich jetzt sterbe, ist Tops. Gib mir mal zwei Emeralds. Ich habe mir gerade meine ganzen Emeralds dafür. Gib mir jetzt zwei Emeralds. Ich habe meine ganzen Emeralds dafür. Gib mir jetzt zwei Emeralds, aber zackig. Ronja, 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 hör mir zu. Wenn ich jetzt die Emeralds kaufen würde, ne? Ja, dann würde ich mir jetzt ein Geschenk kaufen. Dann würde ich mir jetzt ein Geschenk kaufen. Warum weißt du, Killer wollen würde. Ich habe es gesehen. Julian, was? Julian, 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 für sich hier. Julian, für sich hier. Julian. Oh, no. Komm her, du kleiner. Nein. Nein. Moment, es ist Arrengole im Pit. Oh, nein. Ronja riecht gerne Fleisch. Wieso rieche ich gerne Fleisch? Weil du gerne Fleisch essen würdest, aber was du nicht tust. Oh mein Gott. Schaltet mal Windows-Narrator aus. Du musst, geh Einstellungen, irgendwo steht der Name. Der lest gerade alle Tasten. W, W, A, S, D. W, W, Steuerung, Steuerung, Enter, Enter. Wie hast du den überhaupt angekriegt? Ich weiß nicht. Ich habe das auch letztens gehabt. Nice. Ich glaube, F3B. Ne, F3D sind Hitboxes. Ich habe es gefunden. F3H war es, oder? Nein. Nö, ich habe es über eine Systemsteuerung gefunden. Ah, okay. Wenig Speicherplatz, wenig Speicherplatz, wenig Speicherplatz. Danke, PC. Hast du gerade wenig Speicherplatz? Ach, du hast Windows. Was denn? Oh nein, ich bin falsch. Autschi. Wieso ist der Lava? Das weiß ich auch nicht. Tops, komm, ähm. Du, ich werde nicht zu dir kommen. Ronja, komm her. Ronja, komm her. Okay, wohin, wohin, wohin? Ich werde nicht kommen. Damit du mich wieder töten kannst. Damit ihr wieder lachen könnt. Eigentlich würde ich aber gerne lachen. Lachen ist auch spaßig, oder? Okay. Auf den Klapp. Sagt mal auf den Klapp. Steht achtet mich drauf. Was ist? Ronja. Du hast es nicht richtig gemacht. Mach einfach nie, was Jürgen dir sagt. Ich bin so sad. Nein, warum hat sie denn? Ja. Unter der Brücke da. Nicht unter der Brücke da. Du bist ein bisschen leiser, oder? Komm jetzt nur so vor. Mein Editor fügt dann bestimmt so traurige Musik ein. Oder sowas. Dann. 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 Editor, mach das jetzt mal. Komm. Dann. Dann. Ich bin so schwarz-weiß-dings. Weiii. Das ist schön. Okay, ich habe jetzt Neulsschwert. Ich glaube, man kann den Klapp austricksen, den man weiter wegsteht. Oh. Ich habe mich extra weit weggestellt, weil ich Angst hatte, dass es runterfällt. Aber ich habe gedacht, ich stehe weit genug weg, um sicher zu sein. Du isst viel genug Crack, achso. Versuch mal den Knopf auszutrexen, Julian. Erzähl uns, wie's geklappt hat. Oh, okay. Nice. Oh, nice, ich hab Rubies gefunden. Ich hab auch Rubies gefunden. Und nicht. Oh mein Gott, ich hab ein neues Sieg gefunden. Hast du eine Aragon-Rüstung? Ja, eine Aragol-Rüstung. Ui, Ui. Ey, komm in die Burg. Ich bin übrigens ein Schaf. Okay, ich bin auch ein Schaf. Hä, es gibt nur eine Burg. Ich bin auch ziemlich scharf. Ich weiß, ich kenn keine Burg. Ja, Tup ist auch so eine Burg. Komm mit, komm mit. Ich hab Probleme mit sowas wie Burgen zu erkennen. Die Burg da vorne. Oh, ja. Also wer... Eine Person könnte jetzt einfach random töten. Ich hab mir jetzt ein Trank des Leben geholt. Ich geh Tups. Ey, komm mal mit. Das ist ein Secret. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Fluss der Wolf, Fluss der Wolf, Fluss der Wolf. Nein, das kann jeder aktivieren. Drück mal auf den Knopf. Ich hasse ihn. Da hinten ist es, Ronja. Das kannst du nächstes Jahr unbedingt mal testen. Nice. Geh mal da hin und probier das. Richtig witzig. Aber dann fallen alle in die Lava und die... Ach, nee. Ach, nee. Ich werd's doof. Ich hab einen einwandfreien Schrei von, äh, von Tops. Wo kann ich den einschicken, damit der in Wolf 2 verwendet wird? Ja. Alles klar. Ja, genau. Ich hab wirklich einen guten Schrei. Ich hab wirklich einen guten Schrei. Ich hab wirklich... Aggressiver Tobias 2.0. Ihr kann dann... Ja. Das wär doch schön, oder? Aggressiver Tobias. Warte, ist das hier... Fällt man da einfach runter? Wenn ich jetzt hier runterhüpfe, die Klappe, falle ich dann das nicht? Aggressiver Tobias. Dann stirbst du. Sicher? Nicht aktivieren. Ja, wenn du das machst, dann stirbst du. Okay, ich mach's nicht. Ich will den komm noch mal hierher. Wolltest du mir unnötig in die Hand spielen. Okay. Aber ich bin grad hier... Ich bin grad auf der Mainlist gefangen. Egal. Ich versuch's. Hm. Irgendwie ist das ein Arm um mir größer als der andere. Geil. Oh, hier ist... Flo, Flo hat dich gehabt. Ja, ich hau alle gern. Okay, alles klar. Das finde ich nicht in Ordnung. Stopp! Pfff! Nice! Nice! Oh, lol. Crazy. Danke, Flo. War grad dabei. Weißt du... Du bedankst dich bei ihm, obwohl er dich getötet hat. Ja, aber... Holger, schaffst du... Holger, schaffst du... Schaffst du Sprung? Ah, nein. Holger, holger, holger. Holger, holger. Oh, lol. Warte, meinst du, ich schaff den Sprung? Nö. Flo, komm mal zu Burg. Oh, lol. Das war knapp. Zu Burg? Okay. Wollen wir wieder Lava? Oh, Mann. Ich finde irgendwie nix. Oh, Aronja! Florian. Wo müssen wir runter? Da, wo fünf Weißenkisten sind. Ne, sechs. Was? Wo? Wo sind sechs Weißenkisten? Ich würde auch gerne da runter. Warte. Aber du brauchst den Enderpferd. Ich hab keine. Ich auch nicht. Oh, oh. Ah, lol. Da. Warte, warte, warte. Ich schieße mich gerade rein in die Burg. Es gibt nur eine Burg, Tops. So, dann machst du die. Ja, das ist echt so ein Tops. Pff, als ob man die Burg nicht erkennt. Der ist peinlich, ne? Ja. So nix. Ey, mach nicht mal. Nein! Warte, warte. Warte, warte. Oh, warte, hier sind alle Kisten schon gelootet. Wo bist du hin, Flo? Woah! I'm so mad. Ah! Huch! Es war nicht Flo? Was? Julian. Julian? Wie war es wohl? Julian ist 33. Ich bin schuldig. Oh, ich hörs, ich hörs, ich hörs. Tops! Warte mal. Oh nein, ich bin in meine eigene Lava gesprungen. Ah! Ich bin safe nicht. Ich bin safe nicht. Ich glaube, ich sterbe jetzt gerade einfach. Warte, ich sterbe einfach, oder? Hä? Es kann nur, es kann nur Tops dann. Tops kommt zur Burg, Tops. Aber ich bin's wirklich nicht. Ah! Hab ich dich getroffen? Ja. Wo bist du? Oh leil. Hat eben gesehen. Ah! Uh! Der hat nicht mit der Arakon-Rüstung. Ne, er klettert grad das Wasser wieder hoch. Hau! Hä? Oh leil. Die negiert irgendwie so einen Staden, oder? Wieso? 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 Schon wieder! Jogi, Jogi. Wieso? Ich hab gewonnen. Ahaha! Ich hab gewonnen. Mann, ey. Autsch! Autsch! Och, top. Ja, ich muss das einfach machen. Tümpel. Tümpel. Das ist nicht lieb. Das war raked. Das war raked. Ich hatte ein Geschenk, da waren so 20 Rubies drin. Ne. Ich hab so 34 waren es. Ich hatte ja ne volle Rüstung. Das war richtig hefeteig, Alter. Das ist ja verrückt. Richtig. Ey, komm mal in die Burg, komm mal in die Burg. Hast du gar nicht gesagt, das war richtig hefeteig? Das war richtig hefeteig. Das war richtig hefeteig. Ey, komm mal in die Burg. Das ist wirklich hefeteig. Okay. Wo hast du das denn aufgeschnappt schon wieder? Das ist doch peinlich. Was denn? Was ist denn? Das ist ja schon schlimmer ein Hefeteig, Ronja. Junge, wer sagt dir das war richtig hefeteig? Ich glaube, ich weiß das nicht. Niemand sagt es. Das ist mir egal. Bitte. Ich weiß. Ich weiß. Wie ist das passiert? Zu 100%. Komm mal rein. 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 Ey, komm in die Burg. Alles klar, komm zur Burg. Sie klaut mir jetzt jetzt beim Nutzen. Ja. Aber fliegen darf man damit, oder? Nein. Darf man damit nicht mit fliegen? Darf man nicht mit fliegen? Nein. Darf man nicht mit fliegen? Warum nicht? Aber fliegen ist gesund. Oh mein Gott, der fliegt doch. Ja, der soll nicht. Ich hab grad gesagt, ich hab literally grad gesagt, nein. Ich glaub heute nicht nutzen, nur weil, äh... Es ist verbuggt, deswegen nicht. Nee, ich bin nicht verbuggt. Nee, es ist nur verbuggt, wenn man rechtsklick damit drückt. Deswegen ist es verboten. Das ist eigentlich der Luigi. Jyn, hör auf mich zu schlagen. Jyn, du bist der Luigi. Noo, was ist das? Äh, Tobs war nicht. Ja, das ist das. Okay, willst du sehen, was ich jetzt mache? Tobs ist der Wolf, weil er Cloudpad hat. Ey, das ist wirklich ein Wolf, er hat ein Cloudpad. Ja, und wir haben eigentlich gesagt, man fliegt nicht damit, aber schon fliegt er durch die Gegend. Ja, okay, dann schmeiß ich jetzt weg. Autsch, das war laut. Okay, ich tobs nicht hin. Ich hab ein Nightblade. Ich hab... Alles gut. Ich hab, ich hab das Cloudpad jetzt weggeschmistert. Weggeschmistert? Hä, wie kann ich jetzt trotzdem fliegen? Glaubst du, weil du ein Hacker bist? Ne, ich hab's, ich hab's weggeworfen. Wieso kann ich... Ich kann immer noch fliegen, warum kann ich... Du-du-du-du-du-du. Hä? Ich bin... Das ist... Dust von Respeck, wenn du das isst. Dust von Respeck, nur das ist. Du isst mich, Pil, oder wie? Ja. Nice. Das ist nicht... Doch hab ich, ich hab's, das hast du gegessen. Das hast du gegessen. Doch, ich hab's gegessen, Julia. So, wo seid ihr denn? Das war's gar nicht, wer weiß, nichts passiert, wenn der rote Flix. Ich glaub die Aragon Rüstung die macht irgendwie Fehler im Spiel Du musst du spielst eh nicht runter fliegt ja keine ahnung warum ich nicht sterbe habe ich Ich hab ne Rolle ich bin scharf nein du bist verdächtig Das bin ich ja Jön ist Wolf okay Dann Vorher hat der eigentlich schon wieder die Aragon Rüstung ich kill den jetzt das ist noch ne Sauerei Nein roll der nicht killen Ich bin lau ich bin lau kill ihn Dafür kann ich fliegen Ja weil du ein cheater bist deswegen Toh das darfst du nicht das du kannst es machen aber du darfst es nicht machen Ja aber ich kann ich ich hab das Cloudpad weggeworfen und ich mach das unabsichtlich Weil du in der Trotter bist Hey Komm doch Winxens her und fliegen wir uns über So Jön 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 Oh nein, der hat überlebt! Ich bin jetzt so... Wow, das ist kacke, man muss dann noch so... Jeehan! Das Braut hier da drüben schon wieder eigentlich. Hä, wer lebt jetzt noch? Tops, lebst du? Jeehan... Jeehan hat noch gelebt, den hab ich noch gesehen. Nee, ich hab Jeehan gekillt, aber Tops ist ja auch untergefallen. Nice. Okay, meinst du, ich finde den, äh... Eisenkisten genug, um noch eine Enderperle wieder für oben zu kaufen? Wo bist du denn? Ich will zu den Eisenkisten unter dem... äh... Luftschiff. Oha. Ja, ich... das finde es safe dort genug, um wieder zurückzukommen. Okay, okay. Zwei Unsichtbarkeitstränke. Ein Slypad. Zwei Helme. Toll. Ich hab nur einen Schrei gehört, aber es sind beide gleichzeitig gestorben, also es könnte schon sein. Ich weiß es nicht. Oh, oh, ich bin nicht zu groß. Oh! Gott sei Dank. Okay, komm ich an die da drunter auch noch ran? Wer ja auch mal ganz Vorteil hat. Ja, okay. So. Enderperle. Wie komm ich denn jetzt hier an den sicheren Ort? Ah, das ist geil, ich bin ein Biest. Ich hab auch noch ein Ligaschwert gefunden. Ich bin an den Looten hier. Ja, wo bist du denn? Äh, ich bin wieder oben auf der Web. Warte. Du bist der Einzige, der noch lebt, oder? Ich weiß nicht, ob Tops lebt oder nicht. Warte, dann bist du Wolf. Entweder du bist der Wolf oder Tops lebt. Doch, ich hab einen Schrei gehört. Dann bist du der Wolf einfach. Warte, dann kenn ich dich jetzt. Ich bin's nicht, ich bin scharf. Ich bin scharf. Hä? Ich seh Tops nicht. Ich hab nur einen Schrei gehört. Kann testen gehen. Okay. Dann gehen wir testen. Ja, ich fühl mich sicher. Ich hab ein Slimepad. Ich bin der Mario. Okay. Ist... Ich weiß nicht. Ist Tops noch am Leben? Tops kannst halt auch einfach ein kleiner... Er ist nur runter... Er ist nur auf dieses... Guck mal, guck mal. Schau mal hinten. Siehst du? Bei dieser Brücke geht auch dieses kleine Grasteil da runter. Da ist er gelandet. Ja. Alles klar. Ich weiß nicht, ob er dann selber runter gefallen ist oder nicht. Okay, dann gehen wir in den Tester. Okay. Okay. Du leuchtest. Du bist der Wolf. Oh Mann! Oh Jan! Nein! Wird schön, dass du dann aber auch konsequent zum Testen gehst. Das ist äh... Naja, wenn euch diese Folge gefallen hat... Dann dreht das Florian für seine blöden Fallen! Oder Julian. Oder beide. Oder beide. Ja gut, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Du musst Pudding essen.